Herzlich willkommen, Leute, von der weiteren Runde Planes vs. Zombies Garden Warfare, zusammen mit Shigoria, Nancy und GranzLP. Moin, moin. Alter, ihr wurd schon geschillt. Hier machen wir jetzt ein neues Update, jetzt ohne In-Game-Boys. Ja, echt schade. Und die Namen in 20-facher Frontgröße. Für jeden sichtbar. Wo ist Dalu-Card denn eigentlich? Damit jeder weiß, dass ich vorne in der Zone bin. Damit jeder gesehen hat, jetzt ist Dalu's Name weg, er ist gestorben, alles klar. Das ist riesig, Larm, ey. Stell dir vor, du spielst nur ums. Es ist einfach mit Freunden, es ist alles voll. Da kannst du gar nicht mehr zocken. Ey, hier hat doch jemand das Ding ins nach mir geworfen. Get chilly, trapp ich dich. Oh, gefahren. Was, Granz? Was hast du da für ein Item, was Gefahrenzone heißt, ey? Die Danger Zone. Das bin ich nicht, das ist Darky. Oh, da wurde ein Baby-Freistoß gesetzt. Da ist Shuguri, hast du in der Zone, ich helf dir. In der Zone. Ey, der war's. Da oben ist einer. Die Defense steht. Was ist mit der Offense? Offense ist mit überbewertet. Dann gewinnt ein Kampf in der Verteidigung. Aber nicht als Zombie. Dann lerne es. Der Cacti muss noch sterben. Oh, da haben sie es erobert. Yeah, so wie ich es gehört. Ach, du spielst den Football-Star. Ja. Da wurde ein Ultra-Tackling vollzogen. Ja, da stehen sie doch noch alle auf den Dächern, die Pflanzen. Die Solardächer. Oh, da hat er aber wen weggeschillit hier. Alter, das gibt's doch nicht. Ey, die blöden Pflanzen stehen immer noch bei unserem ersten Zone, ne? Oh, da ist Chili. Ey, wer hat mich nur in Chili geschubst? Ups, das war ich. Sorry. Ich wollte nach hinten und werde nach vorne gedrückt. Das war hier nicht auf der Titanic. Das Fliegen ist aber nicht so stark von dem Zombie, oder? Ne. Hä? Mach das Fliegen direkt mit der Rakete. Also drück drei und dann zwei, dann kannst du die Rakete in der Luft feuern. Das ist das Geilste. Da campen die doch wieder. Ich seh das nicht. Oh, ins Chili reingerannt. Das war schlecht. Oh oh, Gratz. Ich glaube, ich kann dich nicht holen. Gut. Was ist das für ein Charakter, den du da hast, Chigo? Ähm, einfach der Allstar, nur anders. Achso, mit einer anderen Maske. Einfach der Allstar, nur anders. Oho, das ist hier extra stylish. Ich tappe mal hier. Mit 9 HP habe ich mich geil versteckt. Vorsicht, Kacke. Ich komme. Ich bin jetzt im richtigen Team. Oh, meine Granate hat eigentlich gesessen. Aber irgendwie haben das trotzdem alle überlebt. Wo kommt der denn jetzt her? Ach, wie schlimm mit denen. Blobs Legend hat mich gekillt. Blobs Legend. Los rein in die Zone, Chigo. Du verläufst dich hier die ganze Zeit. Ich renne hier gerade vor mir. Vorsicht, von rechts wirst du beschossen, Chigo. Oh, ist nicht wahr. Oh, da haben wir es. Rein in die Zone. Ah, yeah. Mitgefootballt. Hier, erstmal wen wiederbeleben. Nancy sitzt auch Zombie. Ja, ich bin die Zombie. Oh, ich bin auch Zombie. Da läuft sie. Wie war die... Direkt den Winning Team Joiner gesehen, in dem der Name hier auf meinem Bildschirm groß angezeigt wird. Da ist sie, ich sehe sie. Wie geht's denn Siegerteam? Oh, wie ist ich gehört? Oh, wiederbeleben, Hilfe! Oh, geil. Wir haben sogar einen Teleport, man. Teleport ist oben. Chigo, was hast du für ein schönes Ding, Hans? Ich will das auch. Ich bin wunderschön, ich weiß. Ja, ich weiß. Ich bin so schön. Ich bin so toll. Ich bin der Iceman. Ich bin die Chigo. Ich bin, glaube ich, so ein... Ich weiß nicht, wie es heißt, aber es ist so ein Eismann. Woohoo. Hi. Because the Iceman can... The Garbageman can... Das macht sie Candyman. Der Garbageman kam sogar vor zwei Tagen her. Echt? Mhm. Das ist lustig. Oh, ja. Wow, Leute, was ist hier los? Ich muss weg. Grant, rein in die Zone. Ja, ich stehe schon in der Zone. Ich habe mich hinter der Dingens versteckt. In der Rutsche mache ich die Defense. Oh, da wird der Chili nach mir geworfen, aber ich kann nie... In der Rutsche ist die Defense. Kann ich jemanden wiederbeleben? Ich komme da nicht rein, die schießen schon auf mich. Wir haben noch kein Tor, ne? Bist du down, Dalu? Ja, ja, ich war in der Rutsche gefangen. Ja, ich war in der Rutsche gefangen. Dann stand das kleines bisschen im Weg, glaube ich. Oh, shit. Was flog denn da? Spielen aber immer noch viele diesen Bärenwerfer mit dem dicken... Ja, natürlich. Ja, ist auch gut. Mein Kill. Ich dachte, der wurde mal ein bisschen verschwächt. Niemals. Wurde gebufft. Mein Kill. Hinter dir, Shigo. Ja, oh, brenn doch nicht. Ein Euro-Schnapper ist hinter euch, hab ihn. Oh, ey, ist nicht wahr. Ziel erobert, 1.000 Wurde, ich wäre rausgekickt. Wie, du wurdest rausgeschickt? Nein. Ich muss jemanden wiederbeleben. Ich bin ziemlich tot. Ah, Chili! Die Chili ist lecker. Schon wieder down. Die sind gar nicht so lange weg, an der Rutsche. Wow. Ich räume mich gerade mal hier den Spielplatz auf. Ich muss den Schnapper töten. Nein, geh weg, du Schnapp, Schnapp. Ey, wie schnell sterbe ich denn? Kartoffelmine. Oh, ich bin schlecht. Ich bin schlecht, ey. Äh. Was machen die denn da, Mensch? Huch. Los, Leute, wir müssen in den Garten. Ach, nee. Oh, ich komme nicht durch den Baum durch. Ich bin zu fett. Mal wieder. Alter, Alter. Habe ich nichts zu. Ich habe nichts gesagt. Schnapper. Schnapper. Oh, shit. Auch noch so ein Giftschnapper. Das sind die schlimmsten. Ja, der Feuerschnapper, der ist auch krass. Oh, da wurden sie alle gesprengt. Puh. Von Buffy. Wow. Im Band der Dämonen. Slayer. Sieht aber gut aus. Wir stehen ja schon wieder vor der nächsten Zone. Ja, der Baby Freistoß ist gewinnt. Da kommt ein Schnapper auf dich. Oh, ist nicht wahr. Ab ihn. In der Zone. Die Defense steht hier. Komm, ich komm, ich komm, ich komm. Da kommt gleich ein Schnapper von rechts. Einschnapper ist down. Von rechts kommt aber, glaube ich, gleich eine. Auch noch viel. Vorsicht, Chili liegt. Oh, da haben sie mehr. Da liegt der. Der Himmelsstürmer. Himmelsstürmer? Ich finde, er ist nicht so gut. Shigo, der Tfidipolla ist nicht an. Ey, nicht die Rutsche hochrennen. Das ist gefährlich. Total den Umweg gelaufen, ey. Ach, ich spring hier rüber. Ich wollte die Umgebung genießen. Shigo, das ist noch die 98. Lass mal die 26 vor. Was? Rückennummer. Achso. Oh, oh, da kommt doch ein Schnapper. Wieso geht der denn auf mich? Drei Allstars vor mir und der geht auf mich. Da hat er die Gefahr gesehen und gebar. Wow. Oben rechts hat der eine Allstar aber alles nicht gemacht. Ich hab nur einen erwischt, ich hab nur einen erwischt. Ich bin nicht wiederbelebbar, ich wurde verspeist. Teleport ab. Schmeckst du so gut? Ja, ich bin schon super lecker gewesen. Komm schon wieder ein Schnapper. Oh, schnell wegfliegen. Wenn wir uns jetzt beeilen können, wir die nächste Zone einnehmen, bevor jemand da ist. Ich bin in der Zone. So ein Schnapper, warum kann ich hier nicht durch? In der nächsten Zone. Ja, wir müssen doch die erstmal noch kriegen. Nein. Ach stimmt, die haben wir jetzt auch schon. Oh, die Sonnenblume. Nice cry. Ich bin schon in der Zone. Boah, ich hab vier Leute und fünf Leute da gekriegt. Oh, egal, egal. Dann wurde ich von dem Angsthasenpilz getötet. Komm, ich bin wieder da. Guck, hier bin ich schon. Ah, okay. Bum. Ich bin grad irgendwo in der Wand. Hier schon wieder so eine komische Wand. Das ist doch so. In der Wand. Wie viel halten die denn aus? Alles. Krass. Au, 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 shit, chili. Oh, Buffy mit dem Bärenwerfer, ey. Sollen wir zurück nach Sunnydale gehen. Ai, ai, ai. Jetzt haben die aber auch viele Schnapper, ne? Ja, jetzt versuchen das mit dem Wappen. Die 1-Euro-Schnapper bei Kick im Angebot. Ich bin verzweifelt. Sie können nicht mehr ohne. Boah, dass mir die Schnapper nervt. Uh, da oben ist einer. Ich bin ein bisschen Antwerp. Boah, bist du jetzt schon am Spawn geschossen, oder was? Da noch. Wie halten diese blöden Viecher denn aus? Wow. Das war ich. Sorry. Ich bin gesprengt. Das Haus ist aber wieder gut umkämpft, ey. Ja, wir brauchen mehr Action jetzt. Wir haben genug Action. Da oben ist schon einer. Action in die Zone. Ich werde sterben. Da kommt das Baby. Wir hatten hier das Baby wieder getreten, ey. Boah. Hat der nicht für einen Speis? Wir sind in der Zone, Leute. Ja gut. Wir brauchen einen Teleprompter. So viel... ...heiß Schnapper. Das gibt's doch gar nicht. Ein Teleporter, nicht ein Teleprompter. Wir sind doch jetzt beim Filmen. Das hab ich schon 100 Mal. Das hab ich schon immer gesagt. Nein. Der schnapper. Der Turbo-Schnapper. Kann zweimal schnappen, bevor er auftaucht. Mach die eine Flasche da ganz rechts. Man weiß es nicht genau. Ach, die hat den Teleport kaputt gemacht, ne? Nein. Oh, hier wurde ein Piraten-Zombie. Ja, ja, der hat ein Piraten-Zombie. Ja, ja, der hat ein Piraten-Zombie verboten gemacht. Piraten-Zombie ist gut. Da ist ein Schnabber. Hi Dalu. Bing. Vier Leute in der Zone. Hier, schnapper, schnapper, rechts. Ja, der ist aber grad unter... Er ist grad undercover. In der Zone, in der Zone, in der Zone. Jetzt sind wir jetzt. Weiter. Sehr nice. Jetzt müssen wir es auch noch schaffen. Nice. Let's go. Ich bin auch gechili-boned worden. Ich bin auch gechili-boned worden. Mhm. Ja. Ich bin in der Zone. In der 9. Figo, da kommt ein Schnabber zu dir. Oh. Daneben. Oh, wo ist er, da ist er? Der hat noch nichts mehr. Der hat 6er P hat er noch. Ich bin ge-kartoffeln-mint worden. Verdammt die Scheiße. Entschuldigung. Das geht so nicht. Ihr könnt uns immer ein Mist hinlegen. Ich bin Kartoffeln-mint worden. Nein, da liegt doch eine Schillige noch neben mir. Oh Mann. Wo ist er hier schillig? Oh, schillig. Aber der verrückte Wissenschaftler könnte es jetzt reißen. Wir haben schon. Weiter direkt... Nein, der Teleporter ist jetzt genau vor mir weggegangen. Direkt ins Anwesen. Ja, erstmal müssen wir jetzt da wieder diese... Maulwurf-Dinger da kaputt machen. Die Erdnussflips. Brauchst du nicht. Kommst auch so durch. Okay. Was ist das hier für eine Straßensperre? Was ist das denn? Seh mich vor. Okay. Er ist es dead. Hilfe! Ich muss mich springen lassen. Hilfe! Oh, Tiko, ich bin genau hinter dir. Wo? Was? Ich bin genau hinter dir. Da! Nein! Wieses Stück! Wieses Stück! Nicht mit mir! Stirrrrrrrr! Oh, ich bin viel auf den eingeschossen. Ich habe von hinten auch auf den eingeschossen. Ich habe von hinten auch auf den eingeschossen. Oh, der ging aber echt schnell hoch, wa? Jaja, das ist echt flott. Flott drauf, Leute. Oh, wie sich geflob machen. Ganz einfach. Komm, tutu, tutu! Tutu, tutu! Der erste Zombie drin, ey. Da ist er durch. Oh, die Rakete. Oh, der Giftpilz da. Der Giftpilz. Oben auf dem Dach stehen wir vor, ähm, bei Erdnussflips. Verdammt, verdammt, verdammt. Jetzt lauf doch, lauf! Nein! So, was hat sie? Allein, allein. Allein, allein. Wir sind doch alle sowas von allein. Und? Jetzt! Wer ist mit Macht? Jetzt ist der Sieg an meinem Bein. Nein! Ich will rein! Lass mich! Ich will durch uns. Oh nein, ich brenne! Nein, Leute! Nein, ich will nicht rein. Nur noch zwei. Oh Mann, ich hab zwei noch nicht geschafft. Ich könnte es auch schaffen, wenn ich jetzt Glück hab. Noch einer und endet. Komm schon, ich schaff's auch noch. Ich wollte auch noch rein. Oh Mann, ey. Ich will inscreen, ich will inscreen. Oh, schade. Im screen. Hallo! Wo bin ich denn? Ich bin... Ey, ey, ich muss da hoch. Mach mal Platz. Juhu! Äh, hä. Höh. 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 Ich bin da. Ach, easy game. Da haben wir die Villa gestöhnt. Wunderbar, wunderbar. Und durchmarsch. Wow, 12.000. Da gibt's ein paar Münzen. 11.000. Ich will sagen, der Pad ist zu Ende. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Macht's gut. Tschau, tschau, tschau. Tschau, tschau. Tschau, tschau.